Hey, wer zur Hölle bist du? Du siehst seltsam aus und ich mag dich nicht. Ich soll seltsam sein? Du bist ein Hundmensch mit weißen Handdingsbums. Was zum F*** zu überhaupt darstellen? Ach ja? Wicht nach! Inuyasha, mach Platz! Entschuldigen Sie bitte, werter Herr. Aber Inuyasha hat leider keinerlei Manieren. Ach, war es halb so wild. Und, ähm, bist du am Studieren oder arbeitest du schon? Ähm, ich bin 15. FBI, open up! Okay, ich sollte wohl besser von hier verschwinden. Würdest du meine Kinder gebär? Oh, also ich, ähm, äh. Zieh deine letzte erbärmliche Karte, Yugi, damit ich dieses Duell beenden kann. Das Deck meines Großvaters hat keine erbärmliche Karten, Kaiba. Doch sie enthält die mächtige... Diese verdammte Huren! Untertitelung des ZDF für funk, 2017